Herzlich Willkommen! Um in einem Forum suchen zu können, geht man zunächst auf das gewünschte Forum, in dem man suchen möchte und kann bei Suche in Foren den gewünschten Begriff eingeben, den man suchen möchte. Ich möchte beispielsweise Beiträge suchen, die das Videokonferenz-Tool BigBlueButton betreffen. Dazu kann ich entweder den vollständigen Namen des Tools eingeben oder aber auch die Abkürzung BBB. Mit einem Klick auf Enter oder auf das Lupen-Symbol wird die Suche durchgeführt und ich erhalte für BigBlueButton Treffer in diesem Forum. Mit einem Klick auf Erweiterte Suche gibt es weitere Möglichkeiten, die Suche einzugrenzen. Man kann einerseits entscheiden, welche Wörter an welcher Stelle vorkommen oder nicht vorkommen sollten und weiters auch das Datum des Beitrags eingrenzen. Man kann weiters aussuchen, in welchen Foren die Suche durchgeführt werden soll und den bestimmten Autor oder Autorin auswählen. Mit Klick auf Suche in Foren wird dann die Suche durchgeführt. Die Suche durchgeführt werden die Suche durchgeführt werden soll und die Suche durchgeführt werden soll. Die Suche durchgeführt werden die Suche durchgeführt werden soll und die Suche durchgeführt werden soll. Klick auf der Suche durchgeführt werden soll und die Suche durchgeführt werden soll.